Seid ihr die 3 Schlafschnecken? Ja? Wollen die auch schön eingemuckelt? Zeig mal. Ja, du bist auch schön eingemuckelt. Super, prima, klasse, fein. In die Mausebeine hat es auch bequem. Du hast ja schon einen Schlafkrümel hier. Ja, die machen wir dann morgen früh weg, ne? Darf es heute noch behalten. Toffi, Toffke? Auch schon im Kuschelmodus, hm? So, bitteschön. Gut. Dann komm ich jetzt auch, ne? Dann machen wir jetzt Schlufi. Die Süßigkeiten. Ruhig die Nudeln.